in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr das neue eStack zum season 2 reloaded update lösen könnt und in den neuen dunkeleter rein könnt wo ihr dann die neuen baupläne farmen könnt leute und zwar braucht ihr hierfür vier items und wo ihr diese items bekommt zeige ich euch jetzt ihr müsst dafür akt 4 erstmal abgeschlossen haben und danach wenn ihr auf mission bearbeiten geht unter akt 4 also schlechtes signal müsst ihr fertig haben dann könnt ihr unten gegenmaßnahmen aktivieren und sobald die gegenmaßnahmen aktiviert habt dann sport nämlich ein neuer exfil punkt mit einem sternchen in der dritten zone und hierfür würde ich mich erstmal vorbereiten leute nur zur info die zombies da sind auf zone 2 niveau also ihr braucht jetzt nicht so übertreiben wie ich mit goldener waffe und pack up anstrahl also wenn ihr dann soweit ready seid dann geht hier zu dieser neuen mission also zum neuen exfil mit sternchen und dort befindet sich ein portal mit diesem müsst ihr nun interagieren und danach geht ihr wieder auf die karte und stimmt mit ja ab dann werdet ihr teleportiert in die anomalie und hier müsst ihr drei missionen erfüllen das sind wieder drei hasen mit jeweils einer mission und die erste mission befindet sich hier auf dem schiff und ich zeige euch im schnelllauf wie ihr dahin kommt ihr müsst einmal komplett um dieses schiff herum leute von hier springt ihr dann auf dieses dach dann auf dieses kleine dach und hier ist dann so ein lkw springt ihr drauf dann klettert ihr hier aufs schiff und dann befindet sich hier in der mitte vom schiff circa so eine säule ihr müsst da hingehen und mit dieser säule interagieren ihr seht hier ist eine faust drauf leute sobald ihr die säule interagiert spawnt vor der säule ein instakill diesen hebt ihr auf und jetzt müsst ihr in diesem bereich hier zombies mit nahkampfang angriffen töten wenn ihr irgendwie zu langsam seid euer instakill abgelaufen ist leute keine panik überlebt einfach ein bisschen und es spawnt ein neuer instakill wenn ihr dann genug zombies getötet habt kommt dann hier dieser belohnungsriss und dort drin befinden sich die lila handschuhe diese hebt ihr auf und wir gehen weiter zur zweiten mission der zweite auftrag befindet sich hier oben über dem fußballfeld und wenn ihr dorthin geht werdet ihr sehen dort ist wieder eine säule mit so ein fadenkreuz mit diesem müsst ihr interagieren und jetzt müsst ihr in diesem bereich zombies mit kopfschüssen töten wenn ihr dann genug headshots verteilt habt dann spawnt wieder so ein belohnungsriss und hier befindet sich ein perforiertes ziel dieses hebt ihr auf und wir gehen weiter zum auftrag nummer drei dieser befindet sich ganz unten auf der karte hier bei i8 ungefähr und ihr werdet sehen leute dort ist eine menge nebel man sieht das kaum also läuft da ungefähr bei i8 herum dann befindet sich dort noch eine säule und wenn ihr mit dieser interagiert dann müsst ihr auf den kreis um euch herum achten weil diese hat verschiedene farmen und je nachdem müssen wir die zombies mit den verschiedenen munitionsmodifikationen töten wie ihr seht ist der kreis bei mir rot das heißt ich muss die mit napalm töten ich habe napalm ausgerüstet aber falls ihr napalm nicht ausgerüstet habt leute an der säule sind verschiedene scheiben und dort könnt ihr die modifikationen holen der kreis ist weiß geworden mit so einem weißen rauch das heißt wir brauchen jetzt cryofrost ihr geht einfach hier an diese säule und guckt wo cryofrost ist da habe ich es ihr rüstet es auf also ihr interagiert damit dann wird das da fein gelassen vor die säule packt das auf die waffe und jetzt macht kills mit cryofrost bis sich die farbe wieder ändert und wenn ihr das dann auch fertig habt dann spawnt wieder einen belohnungsriss in diesem ist ein spiegel drinne diesen hebt ihr auf und nun habt ihr drei von vier items um das letzte item zu bekommen müsst ihr halt einfach bei der mission weitermachen folgt einfach den anweisungen auf dem bildschirm ihr müsst nämlich ein acv eskortieren aber dieser wird nach kurzer zeit nachdem er losgefahren ist stehen bleiben weil er durch ein störsignal halt gestört wird und diese müsste jetzt beseitigen das ist dieses dinge hier wenn ihr damit interagiert dann spawnt ein mimik und ihr seid dann habt den effekt als werte mit dem schockstab getroffen ich schießt automatisch und diese mimik tötet ihr danach könnt ihr wieder zum acv gehen dieser wird aber nach einiger zeit wieder stehen bleiben aber diesmal müsste nichts machen ihr müsst einfach nur warten bis dieses dialog zu ende ist danach wird dieser ball oder was auch immer das da sein soll von acv aufgenommen ihr müsst dann weiter eskortieren bis sie an der morseit und hier müsste jetzt in so ein etan ist rein hier sind 15 sporen und die müsst ihr alle töten ich würde euch empfehlen im todeswahrnehmung mit weil ihr seht diese sporen dann auch durch die wand und müsste dann nicht unendlich lange suchen wenn ihr dann alle sporen abgeschossen habt dann müsst ihr wieder zur eskorte und diese müsst ihr weiter eskortieren bis ihr dann zu einem durchhalten auftrag kommt wenn ihr bei diesem seite aktiviert das png danach müsst ihr nur noch warten bis ihr bei 100 prozent seid und dann sponnt hier wieder so ein portal aber es sponnt auch ein boss mangler diese müsst ihr töten ihr könnt wie gewohnt auf seine schwachstellen schießen auf seinen kopf oder auf seine kanone und wenn ihr den down gemacht habt dann sponnt wieder so ein belohnungsriss und hier ist dann ein goldenes objekt drin jetzt habt ihr alle vier teile die ihr braucht aber drei davon die ganzen lilanen müsst ihr noch verbessern auf gold und das zeige ich euch jetzt ihr müsst erstmal natürlich hier exfiltrieren danach kommt eine cutscene und wenn die cutscene dann vorbei ist dann sucht ihr ein neues spiel und wir verbessern als erstes die handschuhe ihr müsst hier zu dieser location gehen und dort befindet sich ein box ring wenn ihr hier rein läuft leute hier um die ecke geht mitten in den raum geht befindet sich ein box ring in diesem box ring müsst ihr jetzt auf dem boden einfach interagieren und die handschuhe ablegen dann habt ihr hier rechts im raum box säcke die müsst ihr alle einmal schlagen und wenn ihr das dann gemacht habt dann sponnt so ein zombie der leuchtet gold diesen zombie haut ihr einfach um und danach droppt euch die goldenen handschuhe jetzt machen wir weiter mit der verbesserung des zweiten artefaktes und hierfür müsst ihr zum friedhof und zwar gibt es eine stelle da könnt ihr mit dem boden interagieren und ein artefakt hinlegen das ist genau hier leute etwas weiter oben am friedhof und wenn ihr dahin geht und das artefakt dann ablegt dann sponnt einen zombie und der schimmert halt in verschiedenen farben wie ihr bei mir seht kommt da so eine eiswolke raus das heißt wir müssen den mit cryophost töten dann habt ihr hier neben an diesem kleinen turm drinnen und außen jeweils zwei spiegel wo dann munitions modis sind in meinem fall ist das jetzt krio dann nehme ich das einfach töte den zombie und es kann sein halt wenn ihr mit mehr spielern spielt dass da mehr zombies kommen mit halt verschiedenen modis dann müsst ihr die halt jeweils mit den separaten modis töten und danach habt ihr auch schon den goldenen spiegel als nächstes müsst ihr hier unten nach shahin männer und dort befindet sich ein schießstand wir müssen jetzt zu diesem schießstand gehen und hier an dieser zielscheibe könnt ihr dann das perforierte ziel dann ausrüsten und danach spawnen hier verschiedene ziele diese sind auch leicht zu erkennen und ihr müsst diese nun einmal anschießen so dass sie rot leuchten und wenn ihr alle angeschossen habt dann spawnt ein zombie der leuchtet auch rot und diesen müsst ihr mit headshots töten leute also ganze zeit auf den kopf schießen bis er stirbt und danach droppt euch auch das goldene perforierte ziel wenn ihr die teile dann verbessert habt dann müsst ihr zum dunkel ätheris in der zone 3 und hier müsst ihr jetzt die items platzieren ihr seht hier ist eine trommel drauf da packen wir dann auch unsere trommel rein bei dem nächsten ist ein handschuh da müsst ihr dann die handschuhe reinpacken die goldenen und die dinger befinden sich hat um den nebel herum leute läuft einfach so eine große runde drum herum und ihr seht auch immer an diesen pfeilern halt was da rein muss das ist genau abgebildet wie zum beispiel hier mit dem fahnenkreuz das war ja die mission wo wir dieses ziel vom schießstand bekommen haben das legen wir dann hier rein und bei dem letzten ist ein spiegel drauf und da packen wir halt natürlich den spiegel rein wenn ihr alle vier items dann eingesetzt habt dann spawnen hier zwei zombies zwei bosse einmal der mega scheusal und ein mimiker ich würde euch empfehlen geht schon mit guten waffen da rein nicht so wie ich mit einer grauen topfe auf pack of punch 3 und wenn ihr dann diese zwei bosse getötet habt dann droppen die euch ein siegel und dieses siegel könnt ihr dann hier an diesem neuen portal einsetzen und hier gibt es dann wieder zwei varianten einmal mit dem normalen siegel und auf der anderen seite mit dem ältesten siegel und das sind genau dieselben siegel wie in der season davor und ich mache das jetzt mit dem normalen siegel und hier könnt ihr keine baupläne farmen sondern die baupläne bekommt ihr nur mit dem ältesten siegel wenn ihr euren siegel eingesetzt habt dann kommt der countdown und danach werdet ihr in den dunkle äther teleportiert hier müsst ihr jetzt auch drei aufgaben lösen und ich zeige euch jetzt die ganzen locations wo die aufgaben sind der erste auftrag befindet sich hier auch direkt am spawnen von uns und zwar an dieser location hier dort befindet sich ein lagerhaus und in diesem lagerhaus ist dann der hase drinnen den ihr dann aufnehmen müsst und dieser auftrag ist dann ein bounty auftrag wo ihr einen mega scheusal töten müsst dieser fight wird im nebel sein das kann ein bisschen knifflig werden ihr könnt natürlich auch ein jugger mitnehmen und den mega scheusel hier einfach weg sprayen der zweite auftrag befindet sich hier bei diesem gebäude wo mein zeiger gerade drauf zeigt und ich würde euch empfehlen nimmt eine versänger mit falls er hat weil das vereinfacht euch das ganze ihr könnt nämlich einfach auf die gebäude drauf liegen da ist dann auch schon der nächste hase ich zeige euch das ganze noch einmal auf der karte leute das ist diese location hier und danach habt ihr den durchhalten auftrag das brauche ich euch ja nicht zu erklären ihr wisst ja wie das geht und ich zeige euch direkt die location für den dritten auftrag und dieser befindet sich hier oben auf der kuppel vom einkaufszentrum wie gesagt nimmt die versänger fliegt einfach oben hin drauf und noch als kleiner hinweis in diesem einkaufszentrum ist ein ethernet also ist das mit der versänger wirklich am einfachsten und geht am schnellsten wenn ihr den auftrag angenommen habt dann müsst ihr die äther extraktoren ausschalten und nachdem ihr das gemacht habt und exfiltrieren wollt müsst ihr auf der karte nach ganz oben rechts in die ecke und dort ist auch ein portal leute durch dieses geht ihr und ihr habt das erfolgreich exfiltriert das war's mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst dann lass jetzt ein abo da und aktiviere die glocke damit in zukunft immer auf dem neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao